Wo ist mein Autoschlüssel? Weißt du, wo er ist? Ja, dort ist er, auf dem Schrank. Bring mir doch noch eine Dose Tomate mit. Ich koche doch heute, oder? Nein, ich habe keine Zeit. Du musst schon selbst einkaufen. Ach, jetzt komme ich sicher wieder zu spät. Keine Panik. Deine Uhr geht sicher wieder vor. Es ist erst zehn vor acht. Nur keine Eile. Du hast recht. Ach, wie schön. Jetzt habe ich doch noch Zeit für einen Kaffee und ich kann die Stunde auch besser vorbereiten. Und meine Tomaten, kannst du die jetzt mitbringen? Na gut. Aber nach der Arbeit gehe ich zuerst zum Uhrenmacher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017